Und am Abend, wenn die leisen Stunden kommen Flüchtet sie sich dann in ihren Lieblingswelt Sie steht auf der ich erziehe Und Liebe, die noch zählt Und mit ein, zwei Wein taucht sie hinein In die heile Welt Was sagt man dazu, hier ist Jay von der Schlagerwelle Gestern einen ganz tollen Auftritt gehabt Wo ich live auf der Bühne von den lieben Kollegen von Schlagerplanet Diesen tollen Preis erhalten habe Die zweite Single, sie steht auf der ich erziehe Ist jetzt erst der Raum, als er draußen Und jetzt schon einen Preis zu bekommen Und dann auch noch als Botschafter des Schlageruniversums Vielen herzlichen Dank, freut mich sehr Ich würde sagen, nach 12, 13 Jahren generell auf der Bühne Fühle ich mich kaum irgendwo wohler, ausgehoben Aber gerade im Schlagerbereich ist es auch was ganz anderes Weil ich habe noch nie so ein durchwühtes Publikum gesehen wie im Schlager Und das meine ich wirklich in der positivsten Hinsicht aller Hinsichten Also wirklich von 18 bis 80 quasi Also gestern die Großeltern mit ihren Kindern, den Enkeln Dann so ein paar Mädelstruppen, ein paar jüngere Truppen Ältere, jüngere Leute Und alle haben Spaß Und alle haben Freude an der Sache Und sind eine Einheit Und darum geht's Und alle haben Sie träumt von wahrer Liebe Die niemals mehr zerbricht Sie steht auf Dirty Dancing